Achtung Hochspannung oder Warnung Hochspannung. Auf jeden Fall herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge, wo ich hier nicht hochkomme. Ich muss mir einen anderen Weg suchen, hier ist immer noch Hochspannung. Ja, okay, da komme ich jetzt nicht rüber. Auf jeden Fall wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, noch mal. Meister. Ich habe mal eine kleine Idee. Na, shit, das geht nicht. Das zeigt mir immer noch das Ding an. Ach, Moment. Gehe ich noch mal in die Hucke. Moment. Okay, das funktioniert auch nicht. Mensch, es gibt doch einen Trick dabei. So, es ist auf jeden Fall mit Hochspannung versät. Und auch das Ding hier. Hm. Ich nehme mal ein bisschen krassen Anlauf hier. Krass konkreten Anlauf. Jetzt hat es funktioniert, ne? Gut, okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Alter. Alter. Alterer Vater. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich habe ja so ein bisschen gerade begonnen. Oh, da ist immer noch Hochspannung. Oder? Nee, hier ist noch kein Hochspannung. Aber Moment, ich kann es jetzt ausschalten, ne? Boop. So einfach kann es sein. Gut. Dann Walte meines Amtes kläre ich hier ganz hoch. Jupp. Jupp. Das sollte auch machbar sein. Da war ja der Boden locker. Oh mein Gott, ey. Wie oft ich hier sterbe in dem Spiel, ey. Das ist unglaublich. Das ist irgendwie schon ein richtig krasses Spiel, was die Schwierigkeit anbringt. Zumindest für mich. Das ist normal. Oh, Alter. Ich finde es irgendwie immer wieder krass. Also ich habe auch... Ich bin auch ein Mensch, der hat leichte Höhenangst. und deshalb... Allein hier schon zusehen... Dadurch kriege ich schon nur ein Missgefühl, eben auch. Na, Moment. Ich konnte ja jetzt hier durch. War ja nicht so schwierig hier. Ah, ich bin noch hoch. Ey, ey. So. Ja, okay. Das ist die... Okay. Ich habe meinen Weg gefunden, du Meister. Das ist tatsächlich der Weg. Und? Ich sehe mir gerade die Baupläne an. Das ist ein Labyrinth. Und es ist ruhig. Aber wenn ein Vogel im Spiel ist, werden sie wohl in der Nähe des Daches sein. Du musst dir einen Weg nach oben suchen. Moment. Das ist ein Geräusch. Ich sehe hier nichts. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Hm. Moment. Da werde ich also weiterkommen. Gut. Wie komme ich denn da hin? Hmm. Fragen, ich habe Fragen. Ah. Hey. Mach mal dir. Okay, das hat mir wohl nicht so viel gebracht. Okay, ich muss wahrscheinlich da hoch. Wahrscheinlich ist es gut, weil... Hmm, geht ziemlich tief runter. So, muss ich mal gucke. Ich muss mal gucke machen. Ja, das ist definitiv der Weg, wo es weitergeht. Es ist ein bisschen sehr tief, würde ich sagen. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 fine. Noch nicht, das ist auch Fenster. Fenster ist das... Okay, das ist interessant. Ich komme nicht ruhig. Ne, ruhig. Es muss eigentlich hier sein. Und es muss eigentlich... Okay. Ich meine, ich weiß, was ich machen muss. Jawohl. Ey! Oh, Alter. Jetzt bin ich nochmal gesprungen am Ende. Ich glaube, das hat sich geholfen. Oh, warum? Okay. Here we go. Es ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, es funktioniert. Ja, es ist die Frage, die ich mir stelle. Unten angekommen. Ah, natürlich. Oh, das war jetzt ein bisschen versteckt. Boah, hier nur am rumrätseln. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht durch kann. Aber wir können es mal probieren. Ja. Ich kann da nicht durch. Ich habe es nicht gewusst. Ich kann da nicht wahr sein. Ich kann da nicht wahr sein. Ich bin jetzt in dieser Icarus Sache mit drin. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Mal sehen, was ich über Pope und Kate rausfinden kann. Okay, sie sind weg. Interessant. Das Spiel lässt die Leute einfach verschwinden. Komm, so tief ist das jetzt nicht. Braucht man kein... Moment, aber vielleicht ist hier ein Secret. Ich habe es nicht gehört. Alter! Oh mein, jetzt hab ich schon die... Ah, lol! Okay, lass mich nicht... Ihr könnt beide zur Hele gehen! Niemand bedroht dich! Hey! Ja, mir geht's gut! Ich weiß nicht, was ich machen muss! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Bin ich vollkommen ehrlich. Wir machen das nochmal. Ihr könnt beide zur Hele gehen! Niemand bedroht dich! Was ist der Typ? Wir gehen richtig auf den Sack, ey! Hey! Ja, mir geht's gut! Ne, hat auch nicht verholfen. Ja! 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 Mir geht's gut! Ich weiß nicht mal welche Taste ich drücken muss! Option! Ja! 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 Ich geh jetzt nicht mehr hier lang! Ich geh jetzt nicht mehr hier lang! Ja! Ja! Ich bin hier! WTF! Ja! 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 Schlag ihn, schlag ihn Schlag ihn Schlag ihn doch einfach mit dem Knüppel Also sein Knüppel leuchtet rot Ich nehme irgendwie an, dass ich mich dran heften muss Frage, was muss ich machen? Ich mach's mal mit Maus und Tastatur Ja, mir geht's gut Du solltest schnell reden, deine Hände fangen an zu schwitzen Du hast Kate Connors reingelegt, richtig? Die Polizistin? Klar Es muss dein Kopf sein, oder? Ich kümmere mich nicht um Politik Wer hat Kopf erledigt, du? Nein, ich hab jemanden angeheuert Wien? Einen Profi Wir treffen uns morgen um zwei Im Atrium des Einkaufszentrums Du erkennst ihn schon Warum war Miller hier? Bist du sicher, dass du das wissen willst? Zieh mich hoch, dann reden wir Vorsicht, Kate Wenn du mich links bist, desto matsch Klar, klar Die Kopf lösen die Party auf, also verschwinde Okay Ich weiß nicht Komm, ich mach jetzt mit dem Controller weiter Ich hab wild alle Tasten gedrückt und das hat anscheinend funktioniert Oh oh In welche Richtung muss ich fliehen? Ich weiß es nicht mehr Jaaa Oh Ich hab auch mal an euch vorbei, ne? Da, oh mein Gott Äh, drücken? Uh Höchste Alarmstype hier Okay, okay Wow Checkknife hat wohl recht gehabt, dass Ropeburn dahinter steckt Ich frage mich, wer dieser Poki ist Ich versteig dein Signal, sucht um einen Weg Oh, Alter Hier gibt's so viele Wege Das ist der falsche Gut, wird wohl Ah, Moment, Moment, Moment So sieht's richtig aus Äh, das ist auch falsch Oh, Leute Guck ich das an Das Signal steht Scheint, als hättest du Ruhe vor den Kops Für den Moment Die Haltestelle Riding Park scheint geschlossen zu sein Irgendwelche Renovierungsarbeiten Äh, okay, da muss ich hin Und von dort aus komm ich hier hin Da bin ich mir 101%ig sicher Freunde, da tut mir aber leid Alter, ich mach ja schon, ne Oh, shit Oh, nein Oh, nein Moment, ich kann Einfach öffnen Dass ich darauf nicht komme Äh, wait a minute Die Kops schneiden dir den Weg ab Mach die Kampfs bereit Fickt euch Komm her Oh, shit Oh, shit Irgendwie lenken, ey Moment, ich bin von bohrt Moment So, brauchst du eine Tastatur Aufnehmen Okay, das funktioniert deutlich einfacher Zeitlupe Achso, ich verstehe Alter Okay Äh, trotzdem Maus Echt mein Controller So, hier sollte ich sicher sein Bitte Nicht Jetzt Kommen Holy shit Holy shit Okay Nicht ganz funktioniert Oh Vielleicht komme ich hier lang Ah, okay Was ist der Betrieb? Scheiße Fuck Ah, natürlich Ah, natürlich Ah Das ist eine Papiere Okay Ach, der Knopf Boah, also diese B-Taste ist echt mein Freund, weil ich habe echt teils richtig Probleme herauszufinden, wo der Weg eigentlich ist. Oh, die Tür ist aufgegangen. Okay, ich werde hier auch richtig krasse Probleme haben. Ich nehme an, das ist jetzt so eine Sache von Timing, ne? Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Ich lauf mal hin. Komm. Oh. Okay. weiter 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 oh nein hier sind rote türen ich will nicht weiter gehen oh er müsste kommen okay oh shit nein ihr wichser ich hasse euch